Heute möchte ich mit euch über den Alltag, die Strukturen und Aufgaben der Inquisition sprechen. Quasi das normale Leben eines Inquisitors. Für viele von euch ist das Thema besonders interessant, weil ich ja auch zum Beispiel weiß, dass die Eisenhorn-Trilogie eine sehr, sehr, sehr beliebte Buch- und Hörbuchreihe ist. Und deswegen dachte ich mir, gehen wir auf dieses Thema nochmal ein bisschen ein. Lasst im Video gerne schon mal ein Like da. Und los geht's. Die Inquisition ist eine der geheimnisvollsten und mächtigsten Institutionen des Imperiums. Ihre Struktur und Organisation sind komplex und stark dezentralisiert. Die Inquisition ist in verschiedene Ordos unterteilt, die jeweils auf spezifische Bedrohungen spezialisiert sind. Der Ordo Hereticus konzentriert sich auf die Bekämpfung von Heresie, Ketzerei und anderen internen Bedrohungen. Der Ordo Xenos beschäftigt sich mit der Abwehr von außerirdischen Bedrohungen. Wie Tyranniden, Orks, Necrons, Taui, wisst ihr, worum es geht. Und der Ordo Maleos fokussiert sich auf den Kampf gegen Dämonen und das Chaos. Die Inquisitoren sind die aktiven Agenten der Inquisition, die ihre Macht in den verschiedenen Ordos ausüben. Sie haben weitreichende Befugnisse und arbeiten oft unabhängig, um ihre Ziele zu erreichen. Über den normalen Inquisitoren stehen die Inquisitionsherren oder Inquisitor Lords, die erfahrensten und mächtigsten Vertreter der Inquisition. Sie leiten größere Operationen und koordinieren die Aktivitäten der Inquisitoren. Akkolyten und Agenten sind die unterstützenden Mitglieder der Inquisition. Sie arbeiten als Ermittler, Kämpfer und Forscher und helfen den Inquisitoren bei ihren Aufgaben. Die Inquisitoren haben nahezu ungeschränkte Macht und Autorität innerhalb des Imperiums. Autonomie ist ein Kernprinzip der Inquisition. Sie handeln weitgehend unabhängig von anderen imperialen Institutionen und haben das Recht, eigene Entscheidungen zu treffen, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen. Sie tragen das Mandat des Imperators, was ihnen die Autorität gibt, über Leben und Tod zu entscheiden. Diese Macht umfasst das Recht, Hinrichtung durchzuführen, Ketzer zu verhören und Exterminatus Befehle auszusprechen. Das bedeutet, wenn ein Inquisitor will, dass ein kompletter Planet vernichtet wird, dann wird er das auch. Sie haben Zugriff auf eine breite Palette imperialer Ressourcen, einschließlich militärischer Unterstützung, Transportmitteln und Geheimdienstinformationen. Sie können ganze Regimente mobilisieren oder die Dienste spezialisierter Einheiten, wie der Grey Knights, anfordern. Geheimhaltung ist bei ihnen von höchster Priorität. Viele ihrer Operationen sind streng geheim und ihre Entscheidungen werden oft hinter verschlossenen Türen getroffen, um das Vertrauen der Bevölkerung in das Imperium nicht zu erschüttern. Der Alltag eines Inquisitors ist geprägt von einer Vielzahl von Aktivitäten und Aufgaben, die ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und vor allem Entschlossenheit erfordern. Ermittlungen sind eine der Hauptaufgaben. Inquisitoren überwachen verdächtige Aktivitäten, führen verdeckte Ermittlungen durch und analysieren Beweise, um Heressie, Xenos-Einflüsse oder dämonische Aktivitäten aufzudecken. Verhöre sind gängige Praxis, oft unter Anwendung von Folter und psionischen Techniken, um Informationen von Verdächtigen zu extrahieren. Diese Verhöre können in Geheim-Einrichtungen oder auf dem Schlachtfeld stattfinden. Feldoperationen beinhalten den aktiven Einsatz gegen Feinde des Imperiums. Inquisitoren führen Angriffstruppen an, koordinieren Taktiken und setzen spezialisierte Waffen und Fähigkeiten ein, um ihre Ziele zu neutralisieren. Forschung und Aufklärung sind ebenfalls entscheidend. Inquisitoren untersuchen Texte, außerirdische Artefakte und okkulte Schriften, um das Wissen über Bedrohungen zu erweitern und neue Strategien zu entwickeln. Und auch die Diplomatie spielt eine sehr wichtige Rolle, insbesondere bei der Interaktion mit anderen imperialen Organisationen. Inquisitoren verhandeln Allianzen, koordinieren gemeinsame Operationen und sichern Unterstützung für ihre Missionen. Ausrüstung und andere Technologien sind essentiell für die Arbeit der Inquisitoren und werden oft individuell angepasst. Sie verwenden eine Vielzahl von Waffen, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind, einschließlich Boltern, Energiewaffen und Spezialausrüstungen wie Psi-Verstärker. Ihre Rüstungen bieten Schutz und können mit fortschrittlichen Technologien wie Energieschilden und Tarnsystemen ausgestattet sein. Da gibt es auch viele Unterschiede. Ihr seht teilweise auf den Artworks, dass ein Inquisitor eher leicht bekleidet ist, aber es gibt auch welche, die in so einer Art Power-Armor halt rumlaufen. Und ihre Rüstung ist ein Symbol ihrer Macht und auch ihrer Autorität. Sie haben auch Zugriff auf Transportmittel wie Raumkreuzer, Landspeeder oder Thunderhawks, die es ihnen ermöglichen, schnell zu ihren Einsatzorten zu gelangen. Und auch psionische Geräte sind Teil des Arsenals. Diese unterstützen Inquisitoren mit psionischen Fähigkeiten. Diese Geräte können Telepathie verstärken, psionische Angriffe durchführen oder den Geist gegen dämonischen Einfluss abschirmen. Das ist besonders wichtig. Wie bei uns ist auch das Netzwerk für Inquisitoren besonders wichtig. Die Arbeit der Inquisitoren wird durch ein weitreichendes Netzwerk von Verbündeten und Agenten unterstützt. Akkolyten sind die engsten Vertrauten der Inquisitoren und übernehmen spezialisierte Aufgaben. Sie können als Krieger, Wissenschaftler, Psioniker oder Spioner agieren und bilden die erste Verteidigungslinie gegen Bedrohung. Geheimbünde bieten zusätzliche Unterstützung und Information. Diese Gruppen operieren oft im Verborgenen und haben Zugriff auf seltene Ressourcen und Insiderwissen. Koalitionen mit anderen imperialen Institutionen wie der Adeptus Astatus oder der Adeptus Mechanicus bieten strategische Vorteile und militärische Unterstützung. Diese Allianzen sind oft entscheidend für den Erfolg größerer Operationen. Und dann gibt es auch noch Informanten. Diese liefern wertvolle Informationen über verdächtige Aktivitäten und potenzielle Bedrohungen. Diese Informanten können aus allen Schichten der imperialen Gesellschaft stammen und sind eine wichtige Informationsquelle, gerade auf großen Makropolwelten. Der Alltag eines Inquisitors erfordert ein hohes Maß an persönlicher Disziplin und kontinuierlicher Entwicklung. Training ist unerlässlich, um die physischen, mentalen und psionischen Fähigkeiten zu schärfen. Inquisitoren unterziehen sich regelmäßig intensiven Trainingseinheiten, um ihre Kampffähigkeiten und strategischen Kenntnisse zu verbessern. Studium und Bildung sind ebenfalls entscheidend. Inquisitoren verbringen viel Zeit mit dem Studium alter Schriften, wissenschaftlicher Texte und taktischer Handbücher, um ihr Wissen zu erweitern und neue Bedrohungen zu verstehen. Meditation und mentale Disziplin helfen, den Geist klar und fokussiert zu halten. Diese Praktiken sind besonders wichtig für Inquisitoren mit psionischen Fähigkeiten, um ihre Kräfte zu kontrollieren und dämonischen Einfluss abzuwehren. Das Networken, wie man so schön sagt, innerhalb der Inquisition und zu externen Verbündeten gehört auch zum Alltag. Es ist wichtig, Informationen auszutauschen, sich Unterstützung zu sichern, neue Ressourcen zu erschließen und Kontakte zu pflegen. Der Alltag eines Inquisitors ist aber auch voller Gefahren und Herausforderungen. Konfrontation mit dem Unbekannten ist allgegenwärtig. Inquisitoren stehen regelmäßig Bedrohungen gegenüber, die jenseits des Verstehens liegen. Einschließlich dämonischer Manifestationen, außerirdischer Technologien und dem Einfluss des Chaos. Innere Konflikte innerhalb der Inquisition selbst sind ebenfalls häufig. Differenzen in Ideologien und Methoden können zu Spannungen und Machtkämpfen führen, die die Effektivität der Organisation beeinträchtigt. Persönliche Opfer sind oft erforderlich. Die unermüdliche Jagd nach Bedrohungen kann zur Entfremdung von Freunden und Familie führen und ein hohes Maß an Stress verursachen. Moralische Dilemma stellen eine häufige Herausforderung dar. Inquisitoren müssen oft schwierige Entscheidungen treffen, die weitreichende Konsequenzen haben können. Einschließlich der Vernichtung ganzer Bevölkerung im Namen der Sicherheit des Imperiums. Zum Beispiel durch ein Exterminatus. Rituale und Symbolik spielen eine wichtige Rolle im Alltag der Inquisitoren und stärken ihre Verbindung zur Inquisition und ihrem Glauben. Zeremonien sind üblich, um die Loyalität und den Einsatz der Inquisitoren zu erneuern. Diese Rituale können von einfachen Schwüren bis hin zu komplexen Zeremonien reichen, die mit symbolischen Handlungen und Sakramenten verbunden sind. Symbolik ist tief in der Kultur der Inquisition verwurzelt. Symbole wie Esige repräsentieren Macht und Autorität und werden auf Rüstung, Waffen und Dokumenten getragen. Andachten und religiöse Praktiken sind ebenfalls integraler Bestandteil. Viele Inquisitoren folgen den Lehren des Imperators und nehmen regelmäßig an Gebeten und Meditationen teil, um ihre Hingabe und ihren Glauben zu stärken. Feiern und Gedenken an wichtige Ereignisse und Siege sind Gelegenheiten, die Errungenschaften der Inquisition zu ehren und die Einheit innerhalb der Organisation zu fördern. Man kann also sagen, der Alltag eines Inquisitors ist geprägt von unermüdlicher Wachsamkeit, kompromissloser Entschlossenheit und einem tiefen Sinn für Pflicht und Hingabe. Ihre Rolle als Wächter des Imperiums erfordert ein hohes Maß an persönlicher Disziplin, strategischem Denken und Anpassungsfähigkeit. Inquisitoren navigieren durch ein komplexes Geflecht von Macht, Geheimhaltung und ständiger Gefahr, während sie das Imperium vor internen und externen Bedrohungen schützen. Ihr Leben ist eine ständige Herausforderung, in der sie oft alleine agieren, aber niemals den größten Auftrag aus den Augen verlieren. Die Verteidigung der Menschheit gegen die Feinde des Imperiums Der Imperator beschützt Die Verteidigung der Menschheit gegen die Feinde des Imperiums